hallo ich bin so teil 2 beziehungsweise das noch paket was übrig geblieben ist beim letzten break weil das sind doch echt schon mit über 20 noch langes video war haben wir das jetzt auf und da das paket wahrscheinlich von der zeit nicht nicht lang genug wäre weil uns ein video zu drehen wäre doof haben wir noch mal ein täglichen damals 21 22 tag das auch noch auf wir fangen an mit dem großen kisten gehen dann zum pack über mal schauen was wir hier drin haben ich habe in dem fall auch wieder keine ahnung was es ist ich weiß auch nicht mehr seit wann das bei mir haust oder wohnt auf jeden fall ist es schon länger in der schublade anderen seite kameras sind sie sauber so registriert so ok weiter geht's ok noch nicht so lange her april diesen jahres ok was war hier eine optik box aber ich habe nicht okay ist dann wenn der kiste noch ein bisschen das ist der kartenberg ok ok na schon mal dahin so ne passt nicht ok für die idee lassen lieber dann fangen wir mal mit dem ersten pack maxi als mosaik rookie als brücke als rookie von mosaik die josh green jayden mcdaniels obi toppen peyton pritchard tillman rj kaya louis ich weiß nicht ob das blue explosion ist oder wie das heißt oder weiß ich nicht trey jones orange explosion und musik green ramsey rookie fokus fokus das halte pack fängt schon gut an mit einer rj o und rj orange sehr cool rj blue rj silver rj base das war ein sehr gutes pack sehr gut dann fängt das letzte pack auch wieder mit rj an wahrscheinlich war da noch ein rj noch mal rj ok noch ein rj noch ein rj ein isaiah stewart thomas optik du versorst velocity und eine cole anthony rookie select tricolor konkurs style cool auf jeden fall die darf noch hinten die karten stehen noch vom vom video von letzten sonntag was packen noch nach hinten ein platz ist noch frei die orange also war sehr hemmt lastig und es war mal ein pack dann das auf die sind auf jeden fall green und yellow laser mit drin exklusiv wie viel gelegen sind wo heißt es nicht doch einmal zwei zurzeit mindestens glaube ich so fangen wir an lebron james als base schon mal ein guter anfang christian wird alec berks dylan brooks kd forks hat jemand die base karten auch für sein set kurz in die kommentare reinschreiben ich sammle das set nicht also ich mache es nicht komplett auf jeden fall ihr könnt euch dann gerne melden und sagen was jeder noch vielleicht als setfüller braucht funfleet butler barnes sarsbyt b blitzow okay mcconn ingles fox hardaway marcus mart anunobi uccevic steward walker williams ganz viele base ganz dritten wird es jetzt interessant fools so und zwar geht es hier los mit trey murphy rookie dann haben wir als nächsten rookie luca gartha ich kenne sich noch nicht als erstes gesicht zu sehe ich wüsste ich werde wer kippel letzte rookie rock ist jaylen green sehr gut ok auf dem kopf warum ist wahrscheinlich kein recht für die seine base karte in grün es ist isaac okoro von den calves dann noch murray als insert franchise features und chris duarte als great expectations ich würde sagen das pack war okay die jaylen green ist auf jeden fall top und der rest neuer lg base karte und ja eher mittelprächtig war es schon kurzes video diesmal nur von mir ja hat einen schönen sonntag genießt die zeit bleibt gesund und bis zum nächsten mal